Ein herzliches Erfrischendes Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Master Builders zusammen mit Anne und Kudran. Hallo. Hallo. Wir sollen ein Fragezeichen bauen. Hust, hust. Okay, bauen ein Fragezeichen, fang an. Der Riddler. Hat. Was? Oh. Ja. Ja. Ich will was cooles bauen. Ja, aber man baut, also ich wäre jetzt auch in der Minute fertig dann, wenn es halt. Hat. Was kann man cooles beim Hat machen? Da, die ersten Leute gehen schon raus, die haben keinen Bock mehr. Die haben gesagt, Hat ist nicht so mein Ding, ne? Versteh ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Nö. Was ist das? Kopf? Ja, Kopf. Mein Hut, der hat drei Ecken. Echt? Meiner nicht. Drei Ecken hat mein Hut. Meiner auch nicht. Und hätt er nicht drei Ecken. Wär er nicht mein Hut. Sei rein. Anne, die hat ne Nymus. Nymus hab ich ja. Und hätten sie nicht ne Nymus. Dann wär ich nur Anne. Dann wär sie nur Anne. Dann wär sie nur Anne. Ohne Nymus. Anne ohne Nymus. Früher fand ich den Namen cool. Ja. Hm. Und jetzt nicht mehr. Ist da aufgewacht, ne? Die Realität hat mich eingeholt. Hat mich die Realität eingeholt. Als ich dann Kundrans Namen gehört hab. Was? Was? Da wusste ich. Anne, du hast ja nicht. Das ist jetzt das einzig wahre. Hast du nicht viel Mühe gegeben? Pfff. Undankbares Plag. Aber Kundran da hingegen. Der gibt sich richtig Mühe. Meine Zuschauer denken sich. Anne. Was machst du da? Und ich sag euch nur. Ich weiß was ich tue. Das Problem bei Head ist ja. Dass alle irgendwie das bauen können. Sodass man viele hohe Punktzahlen geben muss. Ich würd sagen. Solange es ein Hut ist. Ist es irgendwie gut. Und wenn es dann außergewöhnlich wird. Dann kommt es halt eine höhere Wertung. Was ist denn außergewöhnlich? Ja. Das ist halt richtig. Dass du denkst. Das sieht cool aus. Das sieht man dann. Das sieht man dann. Goro möchte das wissen. Damit er außergewöhnlich bauen kann. Ich bau immer außergewöhnlich. Wenn du außergewöhnlich siehst. Weißt du es. Ja. Also wenn ich morgens in den Spiegel guck. Dann weiß ich das auch. Das ist aber ein außergewöhnlich. Okay. Das ist irgendwie nicht so gut geworden. Wie ich mir das vorgestellt hab. Warum? Warum? Weil es ist nicht. Ich bin gleich fertig. Ich auch. Ich bin gleich fertig. Manchmal hat man ja auch Glück. Weil das Niveau in der Runde dann so niedrig ist. Dass man. Dass man dann. Dass man dann trotzdem gewinnen kann. Mein Hut. Der hat. Also ich. 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 Also ich verstehe meine Idee. Aber ich weiß nicht ob. Andere Leute das auch verstehen. Das ist jetzt das Problem. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wissen Künstler meistens nie. Dabei kann man sich dann ja auch nie drauf verlassen. Auf die Intelligenz. Weil der da. Klug genug ist. Sag ich jetzt mal. Die Intelligenz des Pöpels. Äh. Ist natürlich jetzt auch doof. Dass es davon keine. Ah. Partikel. Äh. Gebrauchst du Partikel. Ah. Ich kann nie genug Partikel haben. Was machen wir denn da jetzt für den Untergrund? Gar kein. Wasser. Und Wasser. Ja das ist gut. Cause you had a bad day. You had a bad day. Strange Ground. Was haben wir denn da noch? Ne das ist scheiße. Kann ich Partikel wieder weg machen? Ne ich weiß leider nicht wie. Doch ich glaube es gibt da sowas. Clear Particles. Ja. Wie was? Clear Particles. Da ist zwei Partikel selbst drin. Okay jetzt bekomme ich. Weiß ich eh nicht mehr was ich noch hier machen soll. Okay. Ist okay. Ist halt ein Hut. Purple Rain. Purple Rain. Jetzt haben wir es total missverstanden. Jo. Ja wahrscheinlich war es eigentlich so eine Hütte. So eine Hat. Ne. Oder ein Shad. Was ist das denn hier? Das ist kein. Kein. Nein. 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 Das ist eine Pyramide. Und dann haben wir so eine Maya Pyramide. Ja. Dagegen wirkt meins dann schon wieder gut. Ja das ist ein Hut würde ich sagen. Das ist so ein Zylinder. Aber es ist auch nicht so das Ausmaß der Kreativität. Das ist okay. Das wäre auch cool. Finde ich auch okay. Muss ich sagen. Das Kundrans wäre ganz okay. Guck mal hier. Das ist zum Beispiel Annes Hut. Äh nein. Annes Hut. Da ist ein Loch drin. Der ist definitiv nicht fertig geworden. Wie ich schon gesagt habe. Guck mal das Niveau ist jetzt so niedrig dass Kundran gewinnen kann. Ja. Ohne Scheiß. Da hast du so einen Kundran. Oh. Meinst du das ist jetzt der einzige Hut. Ja. Was steht da auf dem Schild? Da steht drauf. Pion hat. Klogen hat. Es ist. Es bekommt sogar ein Mäh. Weil es einfach. Ja ich sag ein Mäh. Weil es könnte vielleicht ein Zauberzylinder gewesen sein sollen. Wollen. Die Partikel sind auch cool. Wieso? Ich stehe auf Artikel. Oh. Wenn das Ding nicht aus Holz wäre. Ein Hut mit Feder. Ich finde das sieht eher aus wie so ein brauner Hut halt. Ja aber nicht mit. Nicht aus Holz. Nee aus Holz nicht. Deswegen ist es okay. Ihr seid gemein. Aus Holz. Wenn er jetzt aus. Aber wieso denn nicht. Wieso denn nicht. Wieso denn nicht. Hätte ich Wolle nehmen sollen. Der will ablenken. Der will ablenken. Wieso Zauber? Das ist nicht schlecht. Der lenkt ab. Der will nur ablenken. Ist trotzdem. Ist bestimmt Goro wieder. Ist trotzdem okay. Ist trotzdem okay. Ja. Ja. Ich wusste das doch. Man kennt ja seine Pappenheimer. Wenn der Hut einfach langweilig ist. Dann musst du da eine Entenschaube. Der ist gut hier. Der will ablenken. Der will ablenken. Ne der Hut ist doch. Ne der Hut ist doch. Was ist das Gelbe dann daneben? Was ist das andere? Das ist eine Cappy glaube ich. Aber das andere. Der andere Hut sieht auf jeden Fall gut aus. Ich dachte das wären Enten. Ne. Ne. Ente 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 Ente. Ne Cappy oder sowas. Oh mit Hase. Der will auch wieder ablenken. Ja guck mal. Den Hasen darfst du nicht bewerten. Du darfst nur den Hut bewerten. Der Hut ist total hässlich. Okay. Dann sag ich halt. Ist okay man. Ich hätte mich jetzt ablenken lassen. Mäh. Ja guck mal. Der Hut kann halt gar nichts. Das ist genau so. Wie war das bei Tropicor da gesagt. Wenn man was Schlechtes sagt. Ist nicht fertig geworden. Wenn man gleich danach sagt. Dass man ein Katzenbaby getötet hat. Dann interessiert sich jeder nur für das Katzenbaby. So von wegen. Ich habe eine Atomarkette gezündet. Und ein Katzenbaby getötet. Wieso hast du das Katzenbaby denn getötet? Ne. Ne. Boah das Niveau ist wirklich nicht so hoch. Ne. Also dafür dass die Aufgabe so leicht war. Weißt du. Bei solchen Sachen wie Alien oder Dinosaurier. Da bin ich immer überrascht. Wie krass die Leute bauen können. Und dann kommt sowas wie Hut. Und die Leute bauen da den letzten Scheiß hin. Wir machen nichts. Oh. Oh. Ich sag's. Es fliegt in die Luft. Oh. Ich hab gewonnen. Das gibt's ja nicht. Das ist kein Hut. Das ist Holz. Ihr seid Banausen. So gut habe ich sie gar nicht bewertet. Der war das Beste. Das Beste. Ihr seid einfach nur Banausen. Weil eure kleinen Gehirne sich an das Holz gehängt haben. So. Da sind sie sprachlos. Was. Schaut doch bei den anderen vorbei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. TschööööööööööööoööööööööElmaat zu hablaunen. Vielen Dank.